Hallo Leute, mein Name ist Gaming & Tutorial und ich heiße euch jetzt willkommen zu einem kleinen Infovideo hier auf meinem Kanal ja, ich heiße Gaming & Tutorial äh, ja so, na bin gerade auf einem Server unterwegs und wollte über mich mal erzählen war, ja warum ich zum Beispiel mit YouTube angefangen habe warum bla 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 und so weiter äh, da kommen wir zuerst zu der ersten Frage warum mit warum ich mit YouTube angefangen habe ähm ja es ist ein Hobby also, es ist ein Hobby von mir geworden aber ich ich schaue ja auch noch ähm Videos hat wo, verschiedene Lesplayern da kann da rein, ja oh, was ist da rein? oh, ich will da rein! und ich lasse mich zu viel abbringen, ne aber ok ja, um, es heißt so es hat sich so entwickelt ähm und ich lasse mich zu viel abbringen, ne ich lasse mich zu viel abbringen, ne ich lasse mich zu viel abbringen, ne ich muss mal was machen, ne warte, 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 warte warum habe ich jetzt freien meine Brüche, man weiß es nicht ähm ich, das ist nicht mein Erster, das ist mein lass mich trinken und ja, dritter Kanal so, erster war ohne Stimme also, ich habe nichts gesprochen, ich habe, ich habe nur ich habe keine Let's Plays gemacht, sondern jetzt kann ich mal laufen, verdammte sondern let's walk through so nennt man diese Videos, wenn man irgendein ein Spiel mit einem, mit einer Story ohne Stimme spielt let's play und dann habe ich gesagt, äh, komm mach mal einen Youtube-Kanal mit Stimme ähm übrigens, der ist die Falschule ist das ein Bug? so ich kann mich gar nicht konzentrieren, wenn ich was spiele aber egal ähm, yo was wird was wird dir denn sagen? ja, vergessen verdammte Scheiße das kann ich noch das kann ich noch ich glaub nicht zu 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 viel ablenken ok zu äh, dritte Frage äh, warte wir sind nur bei bei der zweite Frage äh, ja dann habe ich gesagt mach mal einen Youtube-Kanal mit Stimme hab ich gemacht hab ich gemacht der heißt GamerTV ist aber nicht zu finden äh, in Youtube ich weiß es nicht ähm warum das so ist ich kann zum Beispiel in die Suchleiste GamerTV eingeben kommt überhaupt nichts überhaupt nichts so, dann habe ich gesagt ja komm mach mal einen dritten Kanal vielleicht magst du es besser, vielleicht doch nicht wer weiß es vielleicht soll es auch so auch mehr Abonnenten das heißt, nehme ich mal mit so mh aber äh, warte mach mal so ungefähr so so es ist ne Mo ooooh Flop Pet von Ritchie Place jo ähm jo dann habe ich diesen Kanal erstellt und und es hat mir sehr weh getan den äh den Kanal also den vorigen Kanal zu schließen weil da hatte ich verdammte 7 Abonnenten ist ja nicht viel aber für mich ist das eine ganze Menge natürlich will ich mehr haben auf diesem Kanal aber jo man kann auch nicht so was ist das ähm so viel haben ne jo äh dritte Frage was will ich auf YouTube erreichen ich will auf YouTube erreichen ähm 100.000 Abonnenten ja in diesem Fall ficken hoch YouTube ähm wie er heißt der wenn man 100.000 Abonnenten hat dass man den kriegt aber das will ich einfach das ist mein Wunsch und ich werde ich werde nicht aufgeben nicht also nicht nicht und jetzt könnt ihr in die Kommentare schreiben was ihr wollt ist mir sowas von egal also so wenn zum Beispiel Nebel da kommt man zu erne Frage wenn ihr zum Beispiel leidigen schreibt gegen mich oder gegen jemand anderes dann werden diese Beleidigungen dann auch von YouTube werden die wahrscheinlich ähm äh als Pam Dingswunster ähm ja und ich werde das natürlich löschen ja ich finde das wer für diesen Part ja es gibt zwei Part zwei Part und ja ich hoffe euch hat's gefallen wenn ihr hinterlasst bitte ein ein Abo oder sogar noch äh ich hab's vergessen dann okay tschüss 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 what the fuck is das keine mehr ah ach 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 tschüss 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 Vielen Dank.